1983 veröffentlichte der amerikanische Psychologe Howard Gardner das Buch Frames of Mind mit der Theorie, dass es neun Arten von Intelligenz gibt. Um diese Theorie zu verstehen, betrachten wir das Problem des Stadtrats von Neustadt. Er will eine Brücke über die gefährlichen Eisenbahnschienen bauen. Es gibt jedoch starken Widerstand von einigen Bürgern, die Veränderungen nicht mögen. Trotz der Proteste stimmt der Stadtrat dem Bau zu. Er beauftragt ein Team von neun Experten von der Firma Schlau GmbH mit der Durchführung der Arbeiten. Sehen wir uns jeden von ihnen einmal an. Frau Bildschlau spielte viel Verstecken, als sie jung war, und sie liebte Puzzles. Sie hat viel Fantasie und Ideen von Formen. Ihre Aufgabe im Projekt ist es, die Pläne zu erstellen, die Entwürfe zu machen und einen Prototyp zu bauen. Herr Naturklug liebt Bäume und er hat tolle Ideen, wie man die Auswirkungen einer Brücke auf die Umwelt minimieren kann. Er fing an, über diese Themen nachzudenken, seit er das erste Mal mit seinem Vater im Sommer Zelten war. Er entwickelte eine Leidenschaft für alle Lebewesen. Frau Zahlenschlau ist ein Nerd. Das war sie schon immer. Schon auf dem Spielplatz berechnete sie, wie viele Eimer sie für die größte Burg benötigte. Später in der Schule war sie die beste Schachspielerin und alle waren stolz auf sie. Sie ermittelt die Kosten, befasst sich mit Fragen der Arbeitssicherheit und berechnet die benötigten Rohstoffe. Ihre Anliegen sind das Budget, die Ressourcen und die möglichen Risiken. Frau Menschenklug organisiert eine Bürgerversammlung. Sie geht hinaus und lädt alle Bürger ein, zu kommen. Sie konnte schon immer gut mit Menschen umgehen. Als Kind verbrachte sie die meiste Zeit draußen mit ihren Nachbarn. Als Jugendliche erklärte ihre Mutter ihr, dass die meisten Menschen es gut meinen, selbst wenn sie ihre Gefühle nicht gut ausdrücken können. Heute wird sie von allen geliebt und sie leistet selbst bei den schärfsten Gegnern gute Überzeugungsarbeit. Frau Wortschlau schreibt schon seit ihrer Kindheit ein Tagebuch. Im Matheunterricht schrieb sie Gedichte und bei Ausflügen redete sie nicht mit anderen, sondern studierte den Reiseführer. Für die große Bürgerversammlung schreibt sie eine überzeugende Rede, gespickt mit handfesten Fakten, großen Gefühlen und treffenden Metaphern. Schon als kleiner Junge wusste Johann lebensklug, wie man Gespräche führt und Menschen unterhält. Heute zeigt er sein Talent auf der Bühne. Er beginnt seine Rede mit einer persönlichen Geschichte über seine Katze. Sie hat sich einmal auf die Bahngleise verirrt. Dann argumentiert er mit so viel Leidenschaft, dass alle Bürger dem Plan nur noch zustimmen können. Frau Wortschlau ist hoch erfreut, ihre Arbeit wirken zu sehen. Als dann die Bauarbeiten beginnen, macht sich Herr Körperschlau daran, die Arbeit in Angriff zu nehmen. Selbst die Kinder sind von seiner Kraft begeistert und wollen mithelfen. In den Pausen spielt er mit seinem Team Fußball. Das macht Spaß und schult seinen Gleichgewichtssinn, den er später hoch oben gut gebrauchen kann. Madame Selbstklug weiß eine Menge über Gefühle, unsere Ängste, Freuden und Wut. Gelernt hat sie das durch ihre eigene Vergangenheit, als sie begann, über sich selbst nachzudenken. Aber sie liest auch viel über Gefühle und spricht mit ihren Freunden über ihre Emotionen. Während der Bauarbeiten ist sie die positive Kraft. Sie motiviert diejenigen, die sich niedergeschlagen fühlen und löst Konflikte, die bei der Zusammenarbeit entstehen können. Während alle damit beschäftigt sind, die Brücke fertigzustellen, schreibt Frau Musikschlau ein Lied für die große Eröffnung. Sie liebt Musik, seit sie das erste Mal Klavier gespielt hat. Später begeisterte sie sich für Hip-Hop und Jazzdance. Bei der Eröffnungsfeier der Brücke führt sie mit ihrer Band das Lied auf. Es war eine fantastische Gemeinschaftsleistung von allen Neuen der Schlau GmbH. Im Jahr 2016 sagte Gardner, dass er darüber nachdenkt, die pädagogische Intelligenz, also die Lehrintelligenz, hinzuzufügen. Was meinst du dazu? Liegt er mit diesen Typen richtig oder falsch? Oder sind IQ, EQ oder andere Formen der Intelligenz bessere Klassifizierungen? Sei schlau und sag uns in den Kommentaren, was du von dieser Theorie hältst. Sprouts Videos werden unter der Creative Commons Lizenz veröffentlicht. Das bedeutet, dass unsere Videos kostenlos sind und jeder sie für den persönlichen Gebrauch herunterladen, bearbeiten und abspielen kann. Öffentliche Schulen, Regierungen und gemeinnützige Organisationen können sie auch für Schulungen, Onlinekurse oder die Gestaltung neuer Lehrpläne verwenden. Du kannst uns helfen, weiterhin unabhängig zu bleiben und dabei unsere Arbeit unterstützen, indem du dich den anderen Förderern anschließt und einen Beitrag beisteuerst. Besuche einfach patreon.com. Wenn du dich in bestimmten Akten